Super schnelle Lieferung, schönes Design, gute Funktion und einfache Bedienung. Jedoch ist die Montage an der Wand nicht ganz einfach, wenig Platz zum Schrauben. Lesen Sie weiter. Zu warm. Wir haben sie in unsere Partyhütte eingebaut. Wir finden die schon sehr gut. Leider wird sie auch sehr heiß. Stromverbrauch haben wir mal gemessen. Das ging für 7 Stunden ca. 1,4 Euro. Also insgesamt gut. Der Strahler wurde schnell und sehr gut verpackt geliefert. Er ist sehr gut verarbeitet und hat ein ansprechendes Design. Durch die nach außen gewölbte Oberfläche und das Glaspanel mit den Anzeigeeinheiten ist er ein Hingucker. Geliefert wurden alle Befestigungsteile und eine leicht verständliche deutschsprachige Bedienungsanleitung. Die Bedienung mit der Fernbedienung ist klar und einfach und alle Daten sind in dem Glaspanel ablissbar. Für Personen die die Leuchtanzeige als störend empfinden, kann sie mit der Fernbedienung ausgeschaltet werden, sodass nur noch die Poweranzeige leuchtet. Die bisherige Verwendung hat überzeugt und einem zufriedenen Käufer hinterlassen. Optisch sehr ansprechend. Durch die Fernbedienung sehr gut steuerbar. Kurze Reaktionszeit bis zur Wärmeabgabe. Montage auf der Terrasse an der Decke. Klick Link in Description for more Reviews. Thanks for your watching. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.